Das Demokratiebegehren Main-Österreich ist die große Chance, dass die Entwicklung unserer Demokratie nicht weiter runter geht, sondern dass das die Chance für eine Reform ist, die dieses Land dringend benötigt. Und es kommt aus allen verschiedenen Parteien, haben wir uns zusammengetan, um dieses Anliegen zu verwirklichen. Und wir hoffen, dass viele, viele Bürgerinnen und Bürger die Chance begreifen, die in diesem Volksbegehren besteht.